ja willkommen zurück zu super mario boss wonder heute testen wir mal die online funktion mit max genau so würde sagen fangen wir an mit hüpfer test es darf gehüpft werden und ich glaube alle joshis haben eigene voiceline zumindest hört sich das für mich so an wir versuchen also mehr oder weniger in der nähe von uns zu bleiben aber ein bisschen schwierig dass ich treffen lassen das machen die eigentlich springen dann wenn ich springe ja die machen mich nach der folge von denen ja warte wird das haben hier schon mal ich kann dir das hier geben oder das nehmen ja das ist cool ich gebe dir noch was ich will es wieder aussieht mit feuer blube ok ich muss hier aufpassen dass wir treffen lassen immer wenn man springen kommen welche aber die kann joshi fressen was sehr gut ist ja ich finde sehr schade dass der rote joshi kein feuer speilen kann weil das kann der normalerweise auch in mario make und alles sehr schade wir haben sie gefunden recht wo du bist zu weit gegangen verdammt wo bist du da oben der hat für mich das secret aktiviert ja hättest du es mir nicht gesagt hätte ich das nicht gefunden aber jetzt glaube ich gar nix so eigentlich dieser bursche doch ganz nett nicht mal ein one up aber ganz nett ja wie gesagt ich finde das ja schade dass der rote joshi kein feuer speilen kann statt dass sie essen kann kann der feuer speilen das finde ich ganz cool oder man macht das generell so dass es nicht für joshis gibt es nur einen joshi der halt trotzdem power-ups benutzen kann aber halt nicht alle power-ups dass die elefanten nicht genau auf dein timing achten ok ich habe eine blume oh gott ist alle riesig geworden soll ich nicht warten ich wollte eigentlich auch mit mützig spielen aber der kann gerade nicht so spielen wir zu zweit vielleicht noch mal zu dritt oder auch zu viel bist du da bist du danke das hätte ich verpasst kannst du dem sagen dass er weg ja oder so da komme ich jetzt durch ja weiß ja schreibe ich so rum ist da oben was bei dem nein nein da ist nichts okay ich habe hier unten muss den kann ich jetzt nicht reichen worden dann was habe ich getan doch einfach was habe ich gesagt kommst du doch nach ja warte für das voll süß wie joshi rennt aber es ist generell joshi ist immer süß egal in welcher farbe welcher hautfarbe ist immer süß macht da keinen unterschied hier warte wenn du hier oben bist hier wo ich gerade stehe ist das ding zum einsammeln ich gehe schon mal weiter ich glaube dass sie ist wirklich wenn man einfach die wunderblumen nicht findet dass man da einfach hier rauskommen warum ich da rein seltsam ich habe auch die drauf springen ich will das ausprobieren wir sehen mich alle nicht noch nicht im ziel geschafft jetzt auch so ziel ich erlaube es dir alle haben zusammen dass sie erreicht das schön das herz über einen hat ausgesehen kann man das essen ich habe hunger egal so magst du hast doch bestimmt lust zusammen irgendwas nach schätzen zu suchen oder so viel stacheln doch so wenig angst du bist sehr mutig humpf ok was sollte das jetzt magst kommst du hier schau mal rätsel der lehre das erste suche war schon sehr kryptisch ich bin gespannt wie das zweite wird das letzte musste wirklich ein guide ich musste es nicht ich habe aber auch sehr viel sei dann gebraucht hierfür also zu lang ja hallo hier zeigt das erste wenn ich dran kommen würde jetzt es ist nur diese eine bildschirm oder warum komme ich weiter komm mal mit kannst du mitkommen ja wo denn hier hä ach so die blöcke waren bei mir gar nicht da vorher ich hab den bild wegen die geben noch ausgerissen fuck ah das ist das ist natürlich dann das falsche du kannst aber auch im ladebildschirm umeinander wir können ja nicht lang siehst du das das geht nur nach oben glaube ich aber warum ist dann hier hier muss was sein block oder so ja ja ich dachte es mir schon hier ist noch einer ah verdammt hier ist wasser warte der Finky ist gar nicht mehr so schlecht für dich hier ist wasser warte warte sind auch Blöcke oh mein Gott ja du musst immer weiter gehen du musst immer weiter folgen wenn deine plattform kommt dann geh immer zum neuen plattform da kommt immer was neues hier ist aber wo war es da ist ein zeitgestanden gewesen immer so warte war ein zweites ja wo denn ich komme mal runter du musst äh eins dieser blöcke halt ja eins der ersten hä hier bei dem den habe ich gemacht da kam der erste wo war denn der zweite ja jetzt habe ich es gefunden alles klar okay danke das hätte ich jetzt übersehen da hätte ich jetzt wieder lange für gesucht aber das hier funktioniert ganz anders als das erste da brauchte man okay jetzt mal ein bisschen rum egal für das erste braucht man wie die alle charakter sind die uns beim blöcke zu finden was ich dumm fand aber kann ich verstehen aber kann ich verstehen oh hier noch eins warte hier wo ich gerade draufstehe den musst du aktivieren genau dann schwimmen wir hier hoch warte 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 nein nein hier wird nicht gewartet nur die skiller killer kommen weiter die sind krassen Bullschen in Girlboss ja bist du das dann behandeln dich auch so hier ist nichts mehr glaube ich habe ich vielleicht mehr verpasst äh wo sich denn überhaupt Wasser bitte äh äh schau mal hier kannst du das aktivieren hast du das schon aktiviert nein ah jetzt jetzt ist Wasser oder ja ja okay es ist ein bisschen komisch oh hier ist ein Block ich bin gleich komplett rausgefallen warte hier wo ich draufstehe hier ist ein Block ja wie süß Yoshi das Wasser anhält süß blüpp bläst dich so auf blüpp ja trotzdem einfach essen hier ist ein Block passt du ja dann gehts hier direkt weiter ist hier was ist hier was hier ist äh top of the map warte bestimmt ist hier unten irgendwo was so ein Block oder so irgendwo hier ist wahrscheinlich das hier ist wahrscheinlich das 5 zu na fuck ich habe 3 von 5 wie viel hast du auch 3 von 5 ja okay dann haben wir bisher alles ich mag diese Level die sind so lange geh mal kurz runter 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 ja ich habe es gefunden da den Block da den Block da oh ich habe den direkt daneben schon aktiviert gehabt aber die anderen noch nicht wow 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 oh wie eine Animation wenn man taucht oh danke ich habe es ich habe auch ich habe es gut gut Teamwork waaahuuu so unsere Herzen es ist ein Mensch mein Herz oh man Rätsel der Leere das war aber ein besseres Level als das erste wir haben es gemeinsam gemacht wir kriegen keine Herzen also bitte ja voll traurig ne ja ok machen wir ja Verschlaubspause also unerreichbar was ist denn unerreichbar warte ich musste falsche Mütze wieder mach das mach das ha ach nein Alter was ist das jetzt hier wieder oh Gott ok hi toll gemacht danke bon das wars oh das wird sich an das wird sich an wie ein Mario Maker Level wenn du unter Neu suchst ja aber das war wirklich einfach gerade das Tutorial für den Suchtrupp warum haben wir das nicht vorher gemacht egal passt schon ok Max bist du ready hast du vier Dinger insgesamt ja ich hab sogar sechs Dinger ich auch komm geben wir dir aus hä das denn das Abzeichen drauf so der Duck da so wahrscheinlich diese Duck Sprung was ist das hier so diese Duck Sprung Abzeichen Test Duck Hochsprung 1 ja dann können wir das Abzeichen bekommen ok ok hab ich jetzt mal gesprochen das ist wahrscheinlich der Super Jump oder aus Mario Bros 2 Abzeichen Test Duck Hochsprung sammle beim Ducken Kraft und springen höher als gewöhnlich ja du zeigst es auch schon ja du zeigst es auch schon erst gucken dann ducken so sag ich das immer oh plump oh da oh ich nutze das einfach gar nicht ja du bist auch der Cheat Card da ist Yoshi ja ok das stimmt schon jawoll weg weg der letzte Sprung we did it yay ich bin nicht bitte oh das tut mir leid fuck nein nein magst du hast dich tratten das? ja ich hab mich tratten das magst du musst die Flagpole ganz oben erreichen in jedem Level hab ich schon mal gesagt schnutze das muss man wirklich das mache ich wenn ich das Spiel fertig habe ja das dachte ich mir auch so ähm daig mal hab ein Abzeichen bekommen ja denk mal an warum nicht ne prob ich mal aus ich bleib so was sagt denn jetzt ich habe lange gebracht um diese geheimtechnik zu meistern jahre und du hast sie so schnell erlernt wie schlecht bist du bisher ähm nun die nächste Herausforderung wird schwieriger werden hehehe pump äh wollen wir jetzt noch links geht oder nach oben weil ich komme auf die map mit modus freunden kannst du mittels y du kannst dann den du kannst schon wechseln mit nein ich wollte also dort unten Rochella Test ins Visier geraten das ist 2 Sterne und 2 Sterne also können nach rechts und nach links wie es scheint ja dann scheint du ne gehen die hier hin ok das hat sich cool aus was ist das Rochella Test ins Visier geraten ähm ein Testlevel was wird denn hier getestet bitte oh was machen sie und ich bring nach oben ich hab hunger nein wir essen man oh ich nehme mal eins mit für dich falls du seins verlierst dann kann ich dir schenken ach ist das gerade ok warte hier schlüsse hier nimm es ah übrigens hat man unten dukt und dann ähm x kann man ein standee benutzen und im Menü kann man auswählen welches dann hier für jeden Charakter benutzt also jeder Charakter hat seine eigenen standees mit immer sein eigenes Gesicht drauf und ja das ist ganz cool ihr kannst du wasser sammeln ja wenn du stirbst dann wirst du auch wieder respawn ich weiß aber nicht wie viel ich machen kann ich kann mal so viel wie möglich was muss man da mal um nehmen zu haben ja ich bin lustig ich weiß jetzt ja er musste wahrscheinlich den duckjump machen oder ich will mal auswählen ob das so funktionieren würde mit dem duckjump juhu ja mit dem duckjump und dann walljumpen und dann kommst du hier zur ersten 10er Münze was haben wir hier also ich müsste den duckjump oh achso da war ein secret da war ein secret ich hab's nicht gebraucht eh ein secret okay war dann ein geiler block oder was ja ja hier ist eine rohre du 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 ich warte auf dich in der rohre oh hier muss man was ziehen aber wird ah das fische aua ich bin die nächsten paar parts mal ein bisschen im loop weil ich den joshi spiel ja wie joshi das hält hier ist die zweite 10er Münze kommst du ja ich warte doch nicht vielleicht okay soll ich den cut machen für dich oder ja mach den cut okay ich mach den cut oh ihr habt einen geflaggepack mit einem stern hast du da jetzt gesammelt ja komm raus du hast du den stern mit mir geteilt echt ja ja es fährt doch noch man sammelt minzen automatisch auch so magnet mit dem stern wahrscheinlich ich kann sie eigentlich ausnutzen aber egal ja hast du okay ja ich hab hisen matten verschluckt okay das sag ich nicht okay was sieht lecker aus weiß ich nicht hier hieß ne blase hast du dich schon gemacht ich hab die verkackt oh also ja okay na gut das ist zu spät jetzt ist zu spät was ist da passiert da oben wahrscheinlich egal ist egal ich aktiviere es einfach mal ich habe das gefühl man muss auch fast egal muss auch gleich suchen power ich habe okay da haben wir genug versuche scheinbar kommen wieder neu ich hab Angst dass ich sterbe ich habe das gefühl wir haben eine 10er mütze verpasst siehst du wie ich hier twirrle ja ich sehe deine vario mütze erinnert nicht in die röhre gehen ich habe das gefühl wir müssen noch die eine 10er münze hier irgendwo finden vielleicht war die wirklich da in der röhre das finde ich gut dass man noch mal zurückgehen kann vor allem auch kein zeitstress mehr und natürlich weil da oben ist auf jeden fall war es vielleicht ist ein ausgang oder es ist ein eingang vielleicht muss man was machen aber ich gebe dir mal elefant mach mal die 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 pflanze allerdings ich könnte auch eben nachschauen wo es ist da kommt ich schaue mal eben so ich habe es nachgeschaut wir können das nicht mehr machen wir müssen dafür dass er bei euch starten denn der gegner dafür ist leider schon weg er ist nicht schlimm machen wir alles auf screen also den weg dorthin wieder und kommen schnell komm schnell komm schnell komm schnell 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 yeah die herzen die herzen die herzen wieder habid okay okay hier musst du hier musst du dieser blick im screenshot geil okay dann warte führt das gerade was wir denn in der brise die wasser das an sich das flussblatt fließt beeindruckend unter wie vielen wasserfällen musstest du meditieren und ein solches können zu erwerben ich höre sie sagen durch ein ich mache noch die eine zähne mit sollen so wie den ort und stelle was wir machen müssen es den hier mitnehmen den darf den musst du mitnehmen sein panzer das warte bis da oben ist und dann kann sie glaube ich als elefant da oben ist ja noch bei mir aber nicht online mache ok warte macht das gleiche eigentlich kann ich euch nicht machen das ist blöde deshalb ja ich glaube ich wüsste noch mal neu starten weil ich kann es euch gar nicht machen das geht wahrscheinlich nur für dich ja ich muss die neue schatten du musst neu starten ja ok leute dann mal bis gleich ich bin jetzt wieder im level und schau mal kann man die plattform für den machen ok ich habe ihn in meiner hand du mit dem elefanten kann man den tragen das stark genug also der elefant ist bisher glaube ich stärkste power oder ja schon als nicht op sondern halt wirklich handstark und das ist darum kann man kann es ganz finanzieren hier oben ich habe einen fehler gemacht und nein war wirklich hoch springt ja mit dem geduckten sammeln noch hoch wie der kummel das aus dem mittel bett wird sie so gut okay wir haben alles was auch alles ok wunderbar das können wir aus kippen einfach durch waschen und ja hier bin ich und hier ist verschnaubst pause im wasserloch ich habe mich hat das noch so was führt oder das wird zum haus und das war es annehmen ist nach unten verdammt der finde ich ausgerüstet doch noch was nein ich habe es nicht da muss sich bei allen hier das bisher das schwierigste verschnaubst pause level und es ist noch ein einfaches level und nur nix ok dann gibt es auch links was haben wir hier zwischen test mit großen sprüngen naja ich mache das geduckte abzeichen das finde ich besser ganz cool eigentlich ja ich mache das auch weiß nicht was das war man kann doch mit randoms online spielen übrigens aber leider sind die leute mit dem online spielt das sind die leute mit dem online spielt so dass man mit denen nicht auf joshi reiten kann das wäre sehr schade das hätte ich auch noch gezeigt ich nehme den hier mit dem kann man so mitnehmen da war der mit der wunderblume hinterher da ich habe ihn ich habe ihn du musst das ding mitnehmen dann auf den starken so auch geschafft tut mir leid ich die muss jetzt mal was passiert und man kann jetzt bin ich er auch du bist auch wie hoch wir springen können wenn man so tut und zeit für das finale das war cool ok ich bin ich bewegen gar nicht ich habe aber auch wie fandest du das feuerwerk wir haben noch nicht alles oder du kurz pause und wir noch zwei zehner münzen ich kann hier noch rein ist das ist nur ein anderer eingang das ist glaube ich ein anderer eingang ok dann ist es nicht wichtig ist auch reingegangen ok und dann hoch ja die miniröhren gibt es wieder wart das war die letzte münze ok wir müssen das nochmal neu machen wir hätten auch einfach zu der links gehen können nächstes mal nehmen wir nicht die wunderblume zurück ging ging nicht das waren so durchlässige plattformen nach oben und nicht wieder von unten gegangen gegen leider nicht aber das war ein lustiges level gefallen wie fast das andere also diese prüfung zu meistern vielleicht bist du ja tatsächlich bereit doch die noch vor die liegenden prüfungen werden sich als schwieriger weisen schwappnittig ich habe es gefunden war ich gehe noch mal zurück damit ist euch doch ein video zeigen kann direkt bei der halbzeit nach dem ersten und zweite passt bitte auf max einfach essen sagt nein das ist ja eigentlich machen ich habe mal zurück und hin und her vielleicht respond dann ja okay was muss man machen wahrscheinlich springen damit die hier warte hier wieder rumschreit hast du es okay ja dann ist noch das level abschließen was was mit ihr fand ich brauche nicht wie fühlst du die gegner diesen er springt und sprengt genau und hier ist das ende das ende und doch wunderbar max wie fühlst du das spiel bisher super ich glaube ich habe mich gerade verhört ich sag das auch nicht verständlich ich sag schon zu oft und dann haben wir ja soll ich auf dich warten der mode ist bei mir bei y dann mensch meinst du sprichst 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 und hier springst wir haben noch zwei level mit einem boss level und dann oben haben wir das haus gibt es ja kein schuss ja machen wir noch das hier oder schwärmer test unter nachthimmel dann können wir in der nächsten folge die welt hier abschließen dieser wirklich kurz die welt so eine kurze da war ich mich sehen nein aber ich kann nicht essen das ist eine feuerblume sterne regnet bezaubernd was sind die ausgestellt bei dir die sagen zu mir auf englisch das eigentlich wie das funkelt ich mag diesen magnet effekt mit der weile bei den münzen aber die stern war nicht vorhaltig etwas gestorben war zu schnell ich habe 999 lila münze ich muss jetzt mal ausgeben man kann nicht mehr haben du bist traurig hast du neue modes ich habe auch noch nie wird nämlich nie bekommen ich bin gedrückt halten einfach die psorik bei mir sind bei dir anscheinend nicht aber wir haben noch ein level noch mal den heini ihr könnt also ihre komplexen bewegungen vorhersehen das klingt nicht einmal mir wird der meister etwas zum schüler werden schnauze schnauze zeitschalter sprint was kann man machen und dann dann wird den joshi ändern warte noch nicht machen noch nicht machen erstmal aktivieren und los das ist wie die spiel schnauze schnauze ich weiß was ich meine obwohl es ist einfach mich berühren bitte du hast du mein leben in dem ich berührt hast das habe ich zu tiefst berührt weiter weiter verdammt ich mache den gleichen fehler wie du ich habe mich echt schlecht an gerade da ist es ja schon schnell wau 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 es ist mal was neues weil wir können uns alle gegensättig anstoßen bisschen schade aber naja beim nächsten Mal machen wir die welt fertig und betreten vielleicht sogar schon die vierte welt wer weiß komm wir treffen uns hier unten hier unten mit dem kuscheln komm her komm für's outro oh ich bin so schnell bei mir Hei!